Vielen Dank an das Wiener Team, die das heute gemeinsam mit diesem Kunst- und Kulturevent organisiert haben. Hier selber stehen wir am Platz der Menschenrechte. Den gibt es seit 2014 und da hat damals die grüne Klubobfrau Ursula Bärn und das zitiere ich jetzt runter folgendes gesagt, der Name soll ein Statement setzen, wir wollen ins Bewusstsein rufen, dass Grundrechte für jeden Menschen gelten. Für jeden Menschen. Und was erleben wir gerade? Wir erleben irgendwie genau das Gegenteil, dass uns unsere Grund- und Freiheitsrechte sukzessive Stück für Stück, Scheibe für Scheibe, Scheibchen für Scheibchen genommen werden. Wirского..... Wir sind insgesamt als 1, wir sind insgesamt als 1, wir sind zusammen bereits ein автомобiles. Wir sind insgesamt als 1, wir sind insgesamt als 1, wir ist insgesamt als 1 wir sind vorbei. Das war's. Das war's. Das war's.